In diesem Video geht es um die besten drei Sony Kameras. Der erste Platz das High-End-Produkt. Der Exmodia Vollformat 35mm CMOS Bildsensor verfügt über eine Auflösung von 24,2 Megapixeln, Rückseitenbelichtung und ein Objektivdesign mit durchgehendem Chip für außergewöhnliche Empfindlichkeit und Dynamikbereich. Ein Bildverarbeitungssystem und Sensor ermöglichen eine Steigerung der Bildqualität um bis zu 1,5 Blendenstufen. Das fortschrittliche Bildverarbeitungssystem und die AF-Algorithmen der neuen für die 7.3 verbessern die Geschwindigkeit, Genauigkeit und die Tracking-Leistung des Autofokus. Der Phasendetektions-AF funktioniert auch, wenn ein Abayonet-Objektiv verwendet wird, das über einem Laia 3-Adapter an der 7.3 befestigt ist. In der Serienbildaufnahme aufgenommene Bilder können in Gruppen angezeigt werden, die mit einem einzigen Vorgang gelöscht oder geschützt werden können. Jetzt direkt sparen. Der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Die 7.2, die Vollformat-Kamera mit Fünf-Achsen-Stabilisierung, bietet hervorragende Bildqualität und hohe Freiheit. Entdecken Sie die Perfektion und Stabilität dieser kompakten Vollformat-Kamera. Jetzt können Sie Ihre Vision mit einer hochmodernen Kamera ausdrücken, die Full-Frame-Qualität, Bildstabilisierung und Kompatibilität mit hochwertigen Objektiven bietet. Nutzen Sie die manuelle Aufnahmefreiheit mit Ihren Lieblingsobjektiven. Der kurze Abstand des hinteren Flanges bei E-Mount-Objektiven der 7.2 ermöglicht eine breite Kompatibilität. Die 7.2 analysiert Informationen von A- und E-Mount-Objektiven 6, um deren Leistung, Abbildungsleistung und Fünf-Achsen-Bildstabilisierung für das verwendete Objektiv zu optimieren. Das ausgefeilte hybride AF-System bietet eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit, präzise Vorhersage der Subjektposition, eine breite Abdeckung für den AF und eine zuverlässige Nachführung. Der dritte Platz das Sparprodukt. Die Flogging-Kamera mit austauschbaren Objektiven ZV-E10L, die für Flux entwickelt wurde, bietet eine 4K-Videoqualität und Full-HD 120p-Zeitlupe, bleibt dabei aber benutzerfreundlich. Intuitive Funktionen und ein schwenkbarer Bildschirm machen Sie zu einer großartigen Kamera für die Content-Erstellung und für alle Arten von Flux. Mit einem integrierten Richtmikrofon nimmt Sie Ihre Stimme während der Aufnahme klar auf. Kompakt und leicht, enthält die Sony ZV-E10L ein vielseitiges 16-50mm Objektiv und bietet unzählige kreative Aufnahmemöglichkeiten mit über 60 kompatiblen Sony-Objektiven.